Guten Tag, ich spreche Sie an als Vorsitzender der BAXO. Wir machen einen Wettbewerb zum Thema Einsamkeit. Das ist ein wichtiges Thema. Menschen, die einsam sind, werden unglücklich. Menschen können sich helfen, nicht einsam zu werden. Sie können Zeit füreinander haben. Sie können sich die Hand halten. Sie können miteinander reden. Sie können miteinander spazieren gehen und andere Freunde treffen. Es gibt viele gute Beispiele dazu, wie man Einsamkeit vorbeugen und bekämpfen kann. Machen Sie mit bei dem Wettbewerb. Sagen Sie uns, wie Sie es machen. Ihre guten Ideen nicht nur für sich behalten. Wir bringen Sie gerne weiter an andere Menschen, die gut mitmachen können und wollen bei dem Kampf gegen Einsamkeit. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020